Ein bisschen Holz hingeschmissen. So ja, das Holz da ist schon fertig. Es fehlt halt gerade echt Steine. An Steinen... Oh, 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 oh. Ich sehe gerade, wir müssen natürlich auch hier wieder auf Pflanzen stellen. Jetzt haben wir hier bald gar keinen Wald mehr. Und eigentlich wollte ich jetzt... Ach, wir haben erst späten Herbst. Es hat schon geschneit. Ich dachte irgendwie, dass es schon weiter fortgeschritten ist, das Ganze. Und hier bereite ich dann nämlich die nächste Farm vor. Was wollten wir denn hier hin bauen? Ach, wir brauchen ja wieder einen neuen Woodcutter noch, ne? Der sollte hier hin oder da hin? Hier passt der ja auch ganz gut hin. Dann gebe ich den schon mal in Auftrag. Wir haben ja nur einen. Stimmt ja. Oh Gott, das habe ich total verpeilt. Das darf nicht sein. Der kommt aber direkt gegenüber vom... Oder hier hin? Schade, dass das nicht so passt. Dann müssen wir ihn hier hin bauen. Das geht auch nicht mittig. Hm. Naja, aber so. Und jetzt wollen wir mal gucken. Wir haben hier zehn Leute, die nichts machen. Und drei Bilder. Was ist denn los mit euch? Ihr müsst doch irgendwas tun. Kriegen wir denn jetzt genug Stein? Nochmal zwei Stonecutter mehr machen. Hier oben müsste doch jetzt Stein produziert werden. Ohne Ende. Firewood ist low. Na Mensch. Das ist ja was. Hier fehlen noch acht Steine. Da fehlen noch fünf. Dann wird das ja vielleicht... Ja, ich weiß nicht. Im Sommer haben wir wieder keine Arbeitskräfte. Und diese Steinstraßen müssen wir dann natürlich auch wieder fertig machen. Aber ich weiß gerade, wo der ganze Stein hin wandert. Und zwar hier unten. Hier bauen sie die Straßen fertig. Das ist natürlich eigentlich nicht Sinn der Sache. Dass sie den Stein da unten hin verschwenden. Weil mir da noch ein Storage-Bahn fehlt. Ein ganzer Late Winter. Jetzt müssen wir aufpassen, dass es nicht gleich auf den Spring umspringt. Umspringt. Ich packe schon mal die Farmer aufs Feld. Nehme hier die Stonecutter und die Miner raus. Oh, 18 ist ganz schön viel. Und ich brauche ja definitiv Steine. Machen wir das so. Kein Alkohol. Alkohol könnten wir eigentlich auch wieder gebrauchen, ne? Mach ich das auch mal wieder an. Da ist auch gerade einer aus der Schule gekommen. Hier darf jetzt gebaut werden. Hier fehlt noch acht Stein. Fehlen noch acht Stein. Und dann haben wir es. Kommt hier nämlich noch ein nettes Farmchen hin. Und das Ding muss definitiv wieder in Betrieb genommen werden jetzt. Work. Äh, wo ziehen wir den Typen denn ab? Firewood ist sowieso schon low. Ah ne, dann machen wir das nicht. Dann können wir das dieses Jahr halt noch nicht machen. Wir brauchen ja erstmal Firewood. Und dafür brauchen wir da erstmal noch fünf Steine. Kriegen wir die wohl? Null Kohle. Wo ist denn die ganze Kohle hingegangen? Hast du die da? Ne, du hast auch nur noch ein Kohlen-Ding. Wer hat unsere ganze Kohle? Da waren eben 54. Hm. Naja, immerhin. Ein bisschen Kohle kommt da ja noch ab und zu raus. Ein bisschen Stein kriegen wir auch noch dazu. Ja, Firewood ist low. Ich kann aber gerade nichts machen. Dass es mehr wird. Ich kann höchstens hier mal drei abziehen. Damit wir hier ein bisschen mehr... ...Labora haben und vielleicht zwei Stonecutter zusätzlich machen. Und noch ein Bilde. So, vielleicht klappt das so besser mit dem Stein. Zwei Stück fehlen. Oh, 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 oh. Ja, das mit dem Firewood macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Ohne das kommen wir wahrscheinlich nicht so gut über den Winter. So, hier unten macht ihr bitte nichts an der Straße. Macht mir hier das Ding fertig. Ein Stein noch. Da ist er. Und jetzt darf er gebaut werden. Kann ich auch die Leute wieder aufs Feld schicken. So. Alles andere, was jetzt gebaut werden muss, ist erstmal Nebensache. Ach nee, das muss schon noch fertig werden. Komm. Ein Bilder ist gestorben. Oh, oh. Das ist doof. Hier wird schön viel Feuerholz produziert. Das gefällt mir. 38, 39. Oh, oh, oh. 42, 43, 44 und 45 fertig. So, und langsam. Bilder brauchen wir gerade nicht. Aber wir brauchen einen zweiten Woodcutter. Der darf auch direkt anfangen. Und dann gucken wir mal, was der Händler sich hier so hat einfallen lassen. Oh, er hat Rinder dabei. Für 800, vielleicht kriegen wir das zusammen. Nee, kriegen wir wahrscheinlich nicht. 100, das sind 1000. Wir brauchen 1600. Hier haben wir aber nur 80 von. Das passt nicht. 1320. Hm. Wie kriegen wir denn jetzt noch schnell? 300 zusammen. Was bringt denn viel? Haben wir noch 30 Werkzeuge? 32. Boah, das wäre es mir ja fast wert, ne? Wenn wir das hier auf 140 stellen. Den Trader einschalten. Was nehme ich denn dann weg? Stonecutter nehme ich komplett weg. Und stelle das hier auf Trader. Without Jobs. Warum? Achso, das ist aus. Huch. So, was ist los? So, hast du dich jetzt beruhigt? Ja, schade, dass er die anderen Sachen nicht haben will. Aile haben wir jetzt auch gar keinen mehr drin. Desired. Desired. Desired ist aber 0. Das will ja keiner haben. Steeltools sind 140 desired. Dann haben wir nämlich da gleich keine mehr. Das ist aber halb so wild. Können wir noch ein bisschen Feuerholz abzwacken vielleicht? Das will er ja auch. Dann hole ich mir mal noch so ein bisschen... Mache ich das auf 650 und stelle das hier dafür nur auf 150. Ach nee, das können wir auch gleich noch wieder zurück machen. Dann haben wir erstmal aufhandeln, würde ich sagen. Was ist hier los? Achso, das ist die Bauerei. Okay. Das ist ja nicht so schlimm. Wie viel haben wir jetzt hier drin? 80, 100. Da hat sie noch nichts dran getan. Ich lasse es mal gerade ein bisschen schneller laufen. Und hoffe, dass die mir da noch ein bisschen was mehr reinbringen. Was ist denn low? Firewood. Ah ja. 244 Firewoods sind drin. Steeltools wären nett. 244. Sind 960. Das reicht noch nicht. 100. 1900. Oh, das reicht ja. Guck mal. Trade. Jetzt haben wir zwei Rinder da. Und dann können wir das abstellen. Nö, wir lassen die weiter arbeiten, aber stellen das hier alles auf 0. 0. 0. Habe ich sonst noch irgendwas eingestellt? Hier, Steeltools sind noch eingestellt. 0. Das lassen wir an. Da sind die beiden Rinder. Das ist ja der Wahnsinn. Wo sind die Chickens? Ach, da. Okay. Ja, das ist ja schon mal sehr erfreulich. Ein Feld ist abgearbeitet. Dann nehme ich da mal drei runter. Und jetzt werden wir uns darauf konzentrieren, dass wir hier mal die Sachen wieder so ein bisschen... Wir brauchen Steine. Wir brauchen Steine. Wir brauchen Steine. Viele Steine. Und wir brauchen noch hier so eine Rinderzuchtanstalt. Und zwei Wege. Das kostet keinen Stein. Das ist schön. Aber hier muss noch Weg gebaut werden. Da führt kein Weg dran vorbei. Hm. So. Wir brauchen zwei Bilder. Angeblich. Dann sollen sie die bekommen hier. Ja. Und dann soll sich das jetzt hier erstmal alles beruhigen. Es ist ja wieder schön viel Holz bekommen. Und Stein. Vor allem ist Stein gerade wichtig, damit wir die Hütten umarbeiten können. Wie lehnt das aus? Ah ja. Holz kommt. Das Limit können wir auch mal wieder auf 600 runterstellen. Dann lasse ich das jetzt einfach erstmal... Ich lasse sie machen. Oh ja. Hier. Das Food Limit ist erreicht. Stellen wir mal auf 5600. Naja. Mal 6.000. Das ist eine schönere Zahl. So. Wir haben einen späten Herbst. Das dürft ihr hier noch wegholen. Dafür braucht ihr aber keine 15 Leute. Beim besten Willen nicht. Einen zweiten Hertzman. Und was kommt hier? Kommen nämlich Kettles rein. So. So. Jetzt brauche ich gar keine Farmer mehr. Wir haben Winter. Und Winter bedeutet... Mine und Stone. So sollte das ja eigentlich ganz gut funktionieren dann. Taylor brauchen wir gerade nicht. Oder? Haben wir noch... Was haben wir denn hier? Leder. Ja, Wolle kriegen wir nicht, weil wir keine Schafe haben. Oh, guck mal. Die Rinder hier können durchs Wasser laufen. Fantastisch. Ist das nicht schön? Ähm, ja. 52, 15. 15 Studenten sind da schon wieder. Wo kommen die ganzen Leute her? Sag mal. Wir machen nochmal... ...die Schule dicht. Das geht jetzt aber hier ruckzuck. Dann habe ich wirklich ein bisschen Angst fast. Dass uns die Nahrung wieder knapp wird. 15 Stonecutter. Die brauchen alle Tools. Nehme ich mal an. 15 Miner. Jetzt können wir den Winter richtig durchpowern. Ja, das läuft. So. Jetzt machen wir diesen Trick hier. Machen wir nicht weiter. Also jetzt wirklich nicht. Die nächsten Leute sollen alle wieder gebildet werden. Damit die schön viele Rohstoffe ranschaffen können. Und damit wir das mit dem Holz mal wieder ein bisschen in den Griff kriegen, baue ich jetzt nochmal ein Gebäude. Und zwar so eine Forrester Lodge. Das hier ist eine reine Holzverarbeitung hier oben. So. Ah ja, da brauchen wir natürlich auch wieder zwei Bilder. Was kostet das? Zwölf Steine. Haben wir die noch? Ne, wir haben nur einen Stein. Aber naja. Das geht ja jetzt dann auch. Was ist denn low? Tools sind low und Firewood ist low. Oh, Firewood ist auch wirklich auf null. Tools haben aber noch 24. Das mit dem Firewood sollte an sich eigentlich funktionieren. Was habe ich denn mit dem ganzen Feuerholz gemacht? Hier sind nur noch 95 Holz. Kohle haben wir auch gar keine mehr. Hm, ich ziehe hier jetzt mal jeweils Fünfer ab. Und lasse mir mal ein bisschen Holz fällen. Wo haben wir denn viele Bäume stehen? Die wir vielleicht, auf die wir vielleicht verzichten könnten. Hier, ne? Dann machen wir hier nochmal so ein bisschen was weg. So, holt euch das. Da kommen sie. Oh, hier ist noch mega viel Eisen. Ja, wir müssen Holz wieder auf Vordermann bringen. Crushed by Rock. Oh, das ist natürlich ärgerlich. Wir haben immer noch tiefen Winter. Und hoffen sich gleich mal ein bisschen mehr Holz. Ah ja, hier wird ja schon fleißig transportiert. Und wenn die zweite Holzfällerbude da fertig ist, dann kriegen wir auch wieder mehr Holz da oben rein. Ist doch noch, hier sind doch 75 Holz drin. Müsste doch alles passen. So, Late Winter. Ich bringe schon mal wieder die Leute aufs Feld, damit die sich da langsam drauf einstellen können. 6 und 6. Guck mal, ja. Wie das passt. Wunderschön. Zwei Laborer, zwei Bilder und trotzdem 18 Farmer drin. So, dann haben wir das Holzding da schon wieder gerettet. Weil denen ist allen kalt. Wir brauchen hier definitiv mehr Holz. Leute, die frieren. Vielleicht mache ich den Taylor auch mal an. Kann der ein bisschen was zurechtschneidern? Und ein Bilder reicht mir dann auch erstmal aus. Die brauchen alle Feuerwood. Gut. Aber zwei Woodcutter sind eingestellt. Ja. Wir brauchen Steine. Okay, ich baue jetzt wirklich nach diesem Gebäude. Also ich gebe jetzt nichts Neues mehr in Auftrag. Das muss erstmal so reichen. Boah, die frieren alle. Da sind auch super viele Leute drin in dem Haus. Aber es wird ja auch jetzt langsam wärmer. Und dann brauchen wir das nicht mehr. Brauchen wir davon nicht mehr so viel. Wir haben 159 Holz.